Hallo und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo einer neuen Tutorial-Reihe, die uns in den nächsten Wochen begleiten wird. Wir werden mithilfe von Java, dem Spring Framework und Hibernate uns wieder ein soziales Netzwerk erstellen. Im ersten Teil nächste Woche geht es darum, wie wir den kompletten Login-Prozess regeln. Alle Dateien sind soweit vorbereitet, dass wir sofort starten können. Die Dateien werden dann später auf GitHub veröffentlicht. Bis dahin!